Hallo, im folgenden Video geht es um das Projekt JUR AR, das heisst der Klassenaustausch mit einer Klasse in der französisch sprechenden Schweiz. Ich erzähle euch kurz, wo wir in dem Projekt gerade stehen. Ich habe schon einmal von diesem Klassenaustausch berichtet. Ich verlinke euch das erste Video dazu nochmal oben. Ja, also ich habe euch letztes Mal erzählt, dass meine Schülerinnen und Schüler selbst Texte geschrieben haben, also zum Teil einzelne Sätze, zum Teil sind es ganz kurze Dialoge, und zwar Sätze, die sie eben dann können wollen, wenn sie in den Jura reisen und dort dann ihr Französisch anwenden sollen. Wir haben also diese Texte erstellt und die Schüler haben auch selber dekodiert und sie haben das ganz toll gemacht. Das ist so ein schöner Nebeneffekt, wenn man auch in der Schule, dekodieren wir ja ab und zu Texte selber. Wenn sie vorher immer mal wieder mit fertigen Dekodierungen arbeiten, dann wissen sie eigentlich ganz gut, wie das funktioniert. Und die Schülerinnen und Schüler haben das also mir schön erstellt, mit allen Abständen und sauber gemacht. Und ich konnte das dann nur noch in eine Datei quasi vereinen. Diesen Text habe ich dann an meine Kollegin im Jura geschickt. Und sie hat natürlich zuerst mal korrigiert. Da waren noch kleine Fehler von der Formulierung her. Und ich habe ihr dann gesagt, um die Dekodierung muss ich dich nicht kümmern, weil sie war dann so erst ein bisschen verwirrt. Ja, aber das ist ja ganz komisches Deutsch. Da habe ich gesagt, ja, aber so komisch redet ihr Französisch für uns. Also sie hat es dann auch begriffen. Aha, ja klar, das ist ja, damit wir eben verstehen, wie die französische Sprache strukturiert ist und aufgebaut ist. Auf alle Fälle hat sie uns die Audios dazu gemacht, weil wir wollen natürlich nicht nur dekodieren, sondern wir wollen ja auch aktives und passives Hören dann mit diesen Sätzen, mit diesen kurzen Dialogen machen. Das habe ich unterdessen bekommen. Und schlussendlich war Joelle, die Kollegin aus dem Jura, so fasziniert von der ganzen Sache, was wir da machen, dass sie dann gesagt hat, ja bitte, ich möchte das Umgekehrte eben auch mit meiner Klasse machen. Und so hat sie dann auch mit ihrer Klasse Texte, Sätze bearbeitet, erstellt und hat mir dann die geschickt. Sie hat auch selber dekodiert, das hat, glaube ich, eher dann sie gemacht, weil die Schüler kennen die Birkenbill-Methode noch nicht. Ich habe dann da noch ein bisschen korrigiert und ihr erklärt, warum das so jetzt geändert worden ist. Und ja, und wir haben dann halt für sie die Audios erstellt. Und ich habe glücklicherweise eine Schülerin in der Klasse, die Muttersprache Deutsch hat, also konnten wir ihnen sogar ein richtig wunderschönes Hochdeutsch liefern. Und so sind also beide Klassen mit dem notwendigen Material ausgestattet. Und wir sind startklar, da die Texte aktiv und passiv zu hören und sind dann sicher auch sehr gut vorbereitet für diesen Sprachaustausch. Meine Klasse freut sich natürlich dann auch immer, wenn irgendetwas aus dem Jura bei uns ankommt. Die andere Klasse hat nämlich unterdessen auch einen Film über Gurtetel erstellt. Und wir wissen also jetzt schon ein bisschen mehr, wo wir da hingehen, wenn wir dann in den Jura reisen. Also auch da, es finden immer noch so kleine Projekte statt. Und ich denke, wir werden auch noch einen weiteren Film produzieren, in dem sich unsere Schüler dann, der letzte Film war ja dann von unserer Seite her Deutsch, also wir haben Herisau vorgestellt. Und diesmal, würde ich sagen, machen wir dann einen Film in französischer Sprache, wo sich unsere Kinder zum Beispiel vorstellen, mit welchen Hobbys sie haben und so, damit die anderen eben auch wieder sehen, wo reisen, wenn wir da hin und bei wem übernachten wir dann, wenn wir in Herisau sind. Also so geht das Projekt jetzt weiter. Und ich denke, wir sind da schönzeitig dran. Und ich berichte euch dann gerne weiter, wenn wir kurz vor oder im Aussausstand direkt sind. Bis dann. Tschüss.